Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Bei manchen Krankheiten reicht es aus, sich nach und nach in die Hand verschiedener Spezialisten zu geben. Aber wenn eine Krankheit besonders komplex ist, dann ist es besser, möglichst schnell möglichst viel aus einer Hand zu bekommen. Krebs ist eine solch komplexe Krankheit und darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Dr. Axel Stang. Er ist Chefarzt der Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin an der Asklepios Klinik Barmbeck. Hier können die Patienten vielseitig behandelt werden. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Stang. Sagen Sie mir, mit welchem Krankheitsbild kommen Patienten zu Ihnen? Ja, grundsätzlich mit allen Krebserkrankungen, aber wir haben durchaus auch ein spezialisiertes Spektrum. Das sind die Krebsarten im Brustkorb, also die Lungenkrebs beispielsweise oder Krebsarten, die im Bauchraum vorkommen. Also Darmkrebs, Bauchspeichdrüsenkrebs, Leberkrebs, Speiseröhrenkrebs, Wagenkrebs. Das sind unsere Schwerpunkte. Und grundsätzlich gibt es aber auch viele andere Tumorarten, häufig metastasierte Erkrankungen, die von uns behandelt werden. Dann gibt es ja eigentlich keine Krebsart, mit der man nicht zu Ihnen kommen kann? Grundsätzlich kann man mit jeder Krebsart zu uns kommen. Wir sind aber trotzdem spezialisiert auf die Krebsarten im Bauchraum. Dort behandeln wir sehr viele Patienten. Und die Entwicklung ist auch so, dass sich die Behandlung von Krebs zunehmend spezialisiert auf bestimmte Krebsarten, wo man sich zu einem Zentrum entwickelt. Zentrum, das ist das Stichwort. Und darum wäre es vielleicht interessant, mal an einem Beispiel zu hören, wie es dem Patient dann bei Ihnen ergeht. Zum Beispiel Leberkrebs. Wenn wir den Leberkrebs beispielsweise nehmen, am Anfang steht ja immer die Diagnose. Das heißt also beispielsweise ein Ultraschallbefund. Dann wird bei uns die Ultraschalldiagnostik nochmal nachgeholt, gegebenenfalls sogar gleich eine Gewebeprobe angeschlossen. Dann, wenn wir die Diagnose haben, ist ja die nächste Frage das Tumorstadium. Dann würde man eventuell zusätzlich Computertomographie oder Kernspintomographie beispielsweise machen. Und dann würde das münden, wenn die Diagnose steht und das Tumorstadium auch festgelegt ist, dass man das in einer Tumorkonferenz mit unterschiedlichen Fachdisziplinen, insbesondere Chirurgie, Onkologie und Strahlentherapie, aber auch der Pathologie beispielsweise und den Röntgenärzten bespricht. Was ist die Situation bei diesem Patienten? Was ist der beste Weg für den Patienten? Und das wird das dann natürlich mit dem Patienten selbst ausführlich nochmal besprechen. Diese Tumorkonferenz, wie muss ich mir die vorstellen? Sitzen da alle zusammen an einem Tisch? Ja, das muss man sich so vorstellen, da sitzen etwa 10 bis 20 Ärzte aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen, vor allem aus der Chirurgie, aus der Onkologie, aber auch die Strahlentherapeuten und Radiologen oder spezielle Fächer, zum Beispiel die Gastroenterologen, Urologen oder auch Gynäkologen, je nachdem, um was es sich an Tumors handelt. Und es wird aus jeder Fachdisziplin heraus sozusagen das nochmal gemeinsam betrachtet, was für den einzelnen Patienten der individuell beste Behandlungsweg ist. Das ist sozusagen das Stichwort der individualisierten Tumortherapie. Heute sind die Behandlungen aufeinander abgestimmt. Wir haben ja die Operation, die Strahlentherapie, die Chemotherapie, aber auch neue molekulare Therapien. Und es geht heute häufig darum, welche Therapie macht man in welcher Reihenfolge. Also eine Therapiereihenfolge muss festgelegt werden. Und das wird am besten in einer Tumorkonferenz gemacht, wo wirklich jeder Spezialist aus seiner Sicht seinen Beitrag, den er liefern kann für den Patienten, noch einmal darstellt. Und dann wird ein Beschluss gefasst. Und dieser Beschluss ist dann die Grundlage für das Gespräch mit dem Patienten. Aha, das heißt, der Patient ist nicht dabei. Der Patient ist grundsätzlich nicht dabei. Wir sind aber beispielsweise niedergelassene Ärzte in der Tumorkonferenz, die wir bewusst einladen, die den Patienten auch häufig aus der Vorgeschichte können. Und zunächst ist ja auch einmal wichtig, dass die Fachleute sich einig sind, was ist hier sozusagen der aus fachlicher Sicht beste Weg. Und das muss man dann immer an den einzelnen Patienten, so Stichwort personalisierte Krebstherapie, individualisierte Krebstherapie, das muss man ihnen dann genau besprechen. Das hängt vom Alter ab, zum Beispiel des Patienten, auch von seinem eigenen Therapiewunsch, wie aggressiv möchte er therapiert werden, wie ist seine ganze Lebensphilosophie, wie ist auch seine berufliche, seine psychische Verfassung. Das sind alles Aspekte, die dann in dem Gespräch reinkommen, die kann man in einer Tumorkonferenz nicht alle berücksichtigen. Ja, das ist ja nun eine komplexe Krankheit. Wir haben beim Beispiel Leberkrebs. Der Patient weiß, dass es um ihn nicht leicht steht. Wie lange dauert das denn, die Diagnose und dann hinterher auch die Besprechung, die Tumorkonferenz? Also wir bemühen uns, das sehr schnell zu machen. Also ich sage mal, zwischen wenigen Tagen und einer Woche, wir wissen, dass wenn die Diagnose Krebs im Raum steht für einen Patienten, dass das, man kann das als eine Art biografische Krise bezeichnen. Das ist ein Schock für die Patienten. Die wissen, das ist ein Einschnitt möglicherweise und befürchten sehr viel. Und es ist in dieser Zeit der Unklarheit, was ist denn nun wirklich die Diagnose, wie ist das Tumorstadium, was ist der möglichst beste Behandlungsweg. Das braucht aber eine Zeit von etwa einer Woche, weil es auch sorgfältig gemacht werden muss. Man darf ja keine Fehldiagnosen zum Beispiel machen. Und auch die Gewebeprobe muss hundertprozentig stimmen. Und aus der Gewebeprobe werden heute sehr häufig Moleküle bestimmt im Tumorgewebe selbst, die wir dann brauchen, um die Therapie festzulegen. Die Medikamente, die wirken beispielsweise nur, wenn wir ein bestimmtes Eiweiß in einem Tumor nachweisen. Das braucht alles seine Zeit. Wir machen das aber möglichst schnell. Und da wir gut zusammenarbeiten, sehr vernetzt sind, können wir natürlich auch mit einer entsprechenden Geschwindigkeit schnell zu dieser Diagnose und Therapieentscheidung kommen. Und wenn dann die Entscheidung getroffen ist und der Patient hat dazu Stellung nehmen können, der ja dann auch irgendwie, sagen wir mal, ihr Urteil ja akzeptieren wird, nehme ich jetzt mal stark an. Wie behandeln Sie ihn dann? Welche Möglichkeiten haben Sie? Ja, wir haben heute von den Therapiearten nach wie vor, die klassischen Therapien sind die Operation, die Strahlentherapie und Chemotherapie. Vieles kann man ambulant machen, manches muss man stationär machen. Wir haben eine Struktur aufgebaut, dass wir wechseln können zwischen ambulant und stationär, auch zwischen den Fachdisziplinen. Das ist sehr wichtig und wir haben zum Beispiel, bieten wir auch jedem Patienten an, psycho-onkologisch mitbetreut zu werden, weil die Psyche, die Seele ja auch eine wichtige Rolle spielt. Und meine Erfahrung ist, dass etwa 30 Prozent aller Patienten das auch benötigen. Die sind nicht psychisch krank, sondern die müssen mit dieser Erkrankung, dieser schweren Diagnose erstmal umgehen. Wem sage ich die Diagnose? Was bedeutet das für meine Arbeit? Werde ich arbeitslos? Das sind ja alles Folgen. Viele hat ja viele Konsequenzen und das muss alles gut besprochen werden. Und das versuchen wir dadurch zu ermöglichen, dass wir eben alle Unterstützung, die irgendwie möglich ist, auch anbieten. Ja, schon während der Diagnose und später auch bei der Behandlung hofft ja der Patient, dass sie seiner Krankheit bis zum letzten Gramm oder µ auf den Punkt gehen. Wie weit geht denn das bei Krebs eigentlich? Ja, grundsätzlich ist immer die Frage, muss man immer den Primärtumor finden? Das ist eine häufig gestellte Frage. Die Frage, meistens macht es Sinn, den Primärtumor zu suchen. Wenn zum Beispiel ein Lebertumor ist, dann kann es eine Metastase sein oder ein Tumor, der in der Leber selbst entstanden ist. So, und die Frage, ist es ein Primärtumor oder eine Metastase, die spielt immer eine wichtige Rolle. Aber wenn wir zum Beispiel wissen, es ist eine Lebermetastase, dann gucken wir uns vom feingeweblichen Befund an, wo ist wahrscheinlich der Ursprung. Dann gucken wir sehr gezielt nach, beispielsweise im Darm, wenn das wahrscheinlich ist. Wenn wir dann aber dort nichts finden, dann muss man sich immer überlegen, bis zu welchem Punkt treibt man die Diagnostik. Denn wir sind ja unter einem Behandlungsdruck und die Schwierigkeit der Therapie liegt ja dann darin, die Metastasen, also die Streuung des Krebses erstmal zu behandeln. Das ist das, was den Patienten erstmal bedroht, gar nicht so sehr der Primärtumor. Und deshalb ist es nicht immer so, dass wir bis zum letzten nach dem Primärtumor suchen. Meistens ja, aber nicht immer. Und es ist auch so, selbst wenn wir ihn ganz intensiv suchen, den Primärtumor, in 5 bis 10 Prozent der Fälle finden wir gar keinen Primärtumor. Kommen Ihre Patienten damit zurecht oder erfahren die das gar nicht, dass sie nicht ganz bis zum Ende suchen müssen? Das ist sehr schwer zu akzeptieren für die Patienten. Ich sage dann immer, das ist so ein Tarnkappenkrebs, der sozusagen, und wir versuchen das verständlich zu machen, dass wir erstmal die Metastasen behandeln müssen. Denn das ist das, was den Patienten bedroht. Denn von den Metastasen geht die Streuung selbst weiter. Und wenn ich beispielsweise einen Primärtumor habe und 10 Metastasen, dann sind sozusagen das 10-fach höhere Risiko für die Streuung geht dann von den Metastasen aus und nicht von dem einen Primärtumor. Deshalb müssen wir diese Patienten erstmal für ihren Metastasen hier behandeln. Deshalb nicht immer bis zum letzten Diagnostik, weil wir ja auch möglichst schnell immer eine Behandlung machen wollen. Bei Ihnen spielt auch die Palliativmedizin eine Rolle. Wie passt das alles zusammen? Das passt sehr gut zusammen, weil wir ja Patienten haben, die haben einen sehr früh erkannten Krebs in einem sehr frühen Stadium. Da kann man häufig heilen. Wir können auch fortgeschrittene Krebserkrankungen heute zunehmend heilen, aber leider ja nicht immer. Und es gibt auch Rückfälle, wenn wir einen Heilungsversuch hatten, beispielsweise eine Operation, eine Chemotherapie, vielleicht sogar noch eine Strahlentherapie und der Krebs scheint weg zu sein, dass dann ein Rückfall auftritt, der dann nicht mehr heilbar ist. Und dann tritt sozusagen der Aspekt der Lebensqualität immer mehr in den Vordergrund. Das Heilungsziel, da wollen wir ja, dass der Mensch seine normale Lebenszeit hat und auch erreicht. Wenn wir es nicht mehr heilen können, dann steht der Aspekt der Lebensqualität sehr stark im Vordergrund. Und wir haben sehr häufig die Situation, dass Patienten ambulant noch in ihrem häuslichen Umfeld leben können, dann aber ein Symptom bekommen, was sie quält, was sie in ihrem Alltag behindert, beispielsweise Luftnot. Und dann würden wir uns in der Palliativstation darum kümmern, dieses Symptom möglichst nochmal zu bessern, damit jemand wieder in seinem häuslichen Umfeld leben kann. Und wir therapieren dann nicht mehr so stark die Ursache von Krebs, weil wir wissen, das können wir nicht mehr hundertprozentig in den Griff kriegen, aber sehr wohl die Symptome behandeln. Und deshalb passt das sehr gut, gerade für unheilbare und fortgeschrittene Erkrankungen, dass wir das mit anbieten können. Ja, auf der Palliativstation, wenn man da also stationär sich aufhalten würde, ist dann auch die Pflege eine andere als in einem Akutbett? Ja, es ist sehr viel mehr, sozusagen wird die Pflege selber, spielt natürlich eine ganz herausragende Rolle, gerade auf der Palliativstation. Beispielsweise muss auch einmal pro Woche eine sogenannte Teamsitzung stattfinden, wo die Psychoonkologen, die Ärzte, aber auch der Sozialdienst beispielsweise und die Pflegekräfte zusammenkommen, um zu besprechen, was ist für den jeweiligen Patienten jetzt der beste Weg. Und das ist auch eine besondere personelle Ausstattung, eine Palliativstation. Ja, und alles ambulant und stationär, sodass der Patient je nachdem, wie gut es ihm geht, auch wechseln kann. Ja, wir versuchen das Motto immer hochzuhalten, so viel ambulant wie möglich und so wenig stationär wie nötig. Aber es muss ein Zusammenspiel sein, es darf nicht getrennt voneinander sein. Man muss auch ambulant den Zeitpunkt richtig erkennen können, wann ist ein Patient stationär oder wann muss er stationär behandelt werden. Und häufig sind das nur wenige Tage, um ihn überhaupt, vielleicht ist es ein Flüssigkeitsproblem nur, um ihn sozusagen, wie wir sagen, so ein bisschen nochmal aufzupäppeln und dann wieder in dieses ambulante Setting zu geben. Aber es muss ein Zusammenspiel sein. Das machen wir auch sehr aktiv mit den niedergelassenen Ärzten, die wir auch sehr befragen, gerade die Hausärzte. Weil das ist ein Zusammenspiel und ein Netz, was den Patienten trägt. Zum Schluss würde ich gerne noch auf das Viszeralmedizinische Zentrum kommen bei Ihnen. Was steckt denn dahinter? Ja, da ist sozusagen das alles nochmal komprimiert. Da haben wir sozusagen ganz besonders für die Erkrankungen, die Krebserkrankungen im Bauchraum, also Leberkrebs, Bauchspeicheldüsenkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs, aber auch Bauchfellerkrankungen beispielsweise. Da befassen wir uns sehr intensiv mit, behandeln sehr, sehr viele Patienten und ganz besonders eng eben zwischen den Gastroenterologen, Viszeralchirurgen und Onkologen. Wir machen dort zum Beispiel auch gemeinsame Sprechstunden, dass ein Patient beispielsweise, wenn er primär in die Chirurgie kommt, man aber erkennt, dass es eher einer, der vielleicht eine Chemotherapie erstmal braucht, dann kommt der Onkologe sozusagen gleich dazu. Oder wenn ich zum Beispiel im Ultraschall jemanden sehe, dann hole ich den Chirurgen manchmal schon dazu, dass er sich anguckt, kann man das operieren oder so. Das ist also ein ganz enges Zusammenspiel, was viele gemeinsame Sprechstunden und Konferenzen hat. Und das findet sich auch bei Ihnen im Haus? Ja, das findet sozusagen in einem Stockwerk mittlerweile statt. Dort ist auch die Ambulanz integriert jetzt, dass die Patienten sozusagen von Ambulanz auf die Station, die besorgen sich teilweise den ambulanten Termin von der Station selbst, wenn sie wieder besser sind oder meinetwegen operiert worden sind. Und das ist ein Zusammenspiel, was auch räumlich eben zusammengefasst worden ist, in einem Stockwerk. Und das ist sicherlich die Zukunft, dass man sich auf solche Zentren oder auch in solchen Zentren behandelt wird, weil jede, da die Reihenfolgen der Therapie, die richtige Diagnostik, die richtige Diagnostik zum richtigen Zeitpunkt, das richtige Diagnostikmittel, CT oder Kernspin oder Sonografie, was nehme ich in welcher Situation, was ist richtig? Das wird dort gemeinsam für jeden einzelnen Patienten individuell festgelegt. Und das ist sozusagen der Schritt in die individualisierte Tumortherapie. Vielen Dank, Herr Dr. Stangen, für diese spannenden Informationen. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und Sie klicken wieder rein auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017